In diesem Video werde ich 24 Stunden im Niemandsland verbringen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir mit 0 Dollar und einer Kettensäge beginnen. Die Karte enthält auch einzigartige Orte, die wir im Laufe des Spiels öffnen werden. Genieße das Zusehen. Nach dem Aufwachen am Morgen bin ich bereit, mich an die Arbeit zu machen. Wir haben ein großes Baumstamm, das ich zersägen und verkaufen möchte. So können wir unser erstes Geld verdienen und Ausrüstung mieten, um auf unserem kleinen Gebiet zu arbeiten. Nachdem ich das Holz verkauft hatte, verdiente ich damit 2500 Dollar. Wir gehen in den Online-Shop und mieten sofort mit diesem Geld unsere erste Ausrüstung. Ich mietete einen kleinen Traktor und einen Kultivator dazu, sowie auch ein kleines Quad. Danach rannte ich zum Laden, denn eine der Regeln dieses Spiels besagt, dass man sich nicht mit der Tab-Taste bewegen darf. Übrigens, ich habe völlig vergessen zu sagen, dass wir das Spiel ständig mit fünffacher Geschwindigkeit spielen. Das ist noch eine weitere Regel dieses Spiels. Nachdem ich in den Laden gerannt war, sammelte ich meine gemietete Ausrüstung, sprang auf das Quad, setzte den Arbeiter auf den Traktor und wir fuhren zu unserem Grundstück. Nach der Ankunft auf dem Grundstück begann ich sofort damit, begann ich ohne Zeitverlust sofort mit der Bewirtschaftung unseres kleinen Gartens, denn dort befand sich eine getrocknete Ernte, offenbar vom Vorbesitzer. Aber keine Sorge, wir werden dieses durcheinander beseitigen und bald wird hier eine wundervolle Ernte wachsen. Jetzt lassen Sie uns mit der Kultivierung dieses Gemüsegartens beginnen. In der Zwischenzeit mache ich das. Ihr könnt den jungen Kanal mit einem Abonnement unterstützen, damit unser Kanal floriert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe die Feldbearbeitung abgeschlossen und bin mit dem Traktor zum Geschäft gefahren, um einen Sämaschine zu mieten. Mit ihrer Hilfe werden wir unser kleines Stück Land besäen. Den Kultivator lasse ich für den Fall, dass er in der Zukunft noch nützlich sein könnte, unter dem Vordach. Daher macht es keinen Sinn, ihn vorerst aus der Miete zurückzugeben. Nach meiner Ankunft im Laden mietete ich die günstigste Sämaschine. Die teuersten Ausgaben hatten wir für die Samen, da wir sie in ganzen Paletten kaufen mussten. Habe ich bezahlt 900 Dollar dafür, aber es ist okay, wir werden sie sowieso alle brauchen. Nachdem wir die Sämaschine an dem Traktor angeschlossen haben, füllen wir sie mit Saatgut und eilen zurück zur Baustelle. Als wir ankamen, mussten wir uns vor Beginn der Aussaat mit den Preisen für die Feldfrüchte vertraut machen. Ich wollte die teuerste Pflanze pflanzen, damit ich nach der Ernte einen guten Gewinn erzielen konnte. Ich wählte Sojabohnen aus, die sich als die teuersten erwiesen. Nachdem ich mich für die Kultur entschieden hatte, konnten wir mit der Aussaat des Gartens beginnen. Der Prozess begann. Die von uns gemietete Sämaschine, obwohl sie die günstigste war, bewältigte ihre Arbeit hervorragend. Ich war insgesamt vollkommen zufrieden damit. Ein Nachteil bestand darin, dass das Sähen aufgrund von Rückständen auf dem Feld ziemlich schwierig war. Was es schwierig machte, zu erkennen, wo bereits gesät wurde und wo nicht. Glücklicherweise hatte die Sämaschine jedoch Marker, die wir verwenden mussten. Nach Abschluss der Aussaat ließ ich die Sämaschine unter einem Unterstand stehen und beschloss, etwas Geld zu verdienen, indem ich kleine Bäume verkaufte. Ich habe einfach einen Baum gefällt und ihn dann zum Verkaufsort gebracht. Glücklicherweise konnte unser Charakter solch einen kleinen Baum problemlos hochheben. Naja, für eine solche Tanne erhielten wir etwas mehr als 200 Dollar. Nachdem ich 1000 Dollar verdient hatte, beschloss ich, einen kleinen Anhänger für den Traktor zu mieten, mit dem wir größere Baumstämme transportieren konnten, da es mühsam wäre, sie jedes Mal zu tragen. Nachdem ich einen günstigen Anhänger gemietet hatte, machte ich mich auf den Weg zum Laden, um ihn abzuholen. Nach der Ankunft hängen wir ihn an und fahren nach Hause. Ach ja, ich habe auch die Samen mitgenommen, da wir mit einem Anhänger hier sind. Nachdem ich nach Hause gekommen war, setzte ich meine Arbeit fort, Geld mit Bäumen zu verdienen, jedoch diesmal sägte ich große Tannen ab. Anschließend schnitt ich sie so zurecht, dass ich sie heben konnte, und legte sie einfach auf den Anhänger, um sie dann zur Verkaufsstelle zu transportieren. Das Verdienen lief sogar sehr gut, für einen solchen Baum erhielt ich etwa 3000. Nachdem ich erneut eine solche Menge an Baumstämmen verkauft hatte, verdiente ich genug Geld, um zum Laden zu gehen. Also stieg ich auf mein Quad und fuhr. Dort habe ich einen großen Traktor und Untergrundlockerer gemietet, um einen neuen Gemüsegarten zu pflügen. Diese Ausrüstung kostete mich nicht weniger als 2500 Dollar. Und das trotz der Tatsache, dass der Traktor, den wir gemietet haben, sehr alt ist. Ich wage es nicht einmal, mir vorzustellen, wie viel es kosten würde, eine modernere Technik zu mieten. Nachdem ich die neue Ausrüstung abgeholt hatte, ging ich nach Hause. Als nächster Schritt mussten wir uns für einen Ort entscheiden, an dem wir einen neuen fällt. Ich begann allmählich seine Grenzen zu skizzieren. Danach konnten wir bereits mit dem Pflügen dieser Grenzen beginnen. Und als dieser Schritt abgeschlossen war, war es an der Zeit, den gesamten verbleibenden Boden innerhalb des Grundstücks umzupflügen. Und als nächster Schritt mit dem Pflügen dieser Grenzen zu spüren. Am Ende war es natürlich notwendig, alle Unregelmäßigkeiten zu korrigieren, die wir hatten. Nun, ich dachte mir, da unser Grundstück sich erweitert hat, entfernte ich den Zaun in der Nähe unseres Hauses. Anstelle von ihm ich bereits einen neuen Zaun an der Grenze errichtet, wo unser neues Feld beginnt. Ich habe den Traktor mit dem Untergrundlockerer zur Rückgabe in den Laden gebracht, da ich in naher Zukunft auf keinen Fall neue Felder anlegen möchte. Für den Anfang wird dies ausreichen. Als ich ankam, gab ich die Ausrüstung zurück und rannte zurück zu unserem Haus, weil wir noch einen Job haben. Nachdem ich nach Hause zurückgekehrt war, setzte ich meine Arbeit im Wald fort. Nachdem ich die Ausrüstung zurückgekehrt war, setzte ich die Ausrüstung zurück. Als ich etwas Geld verdient hatte, beschloss ich, dass es Zeit war, das zweite Feld zu sehen, denn der Abend nährte sich bereits und wir mussten uns beeilen. Ich beschloss, Gerste zu sehen, weil wir wahrscheinlich in Zukunft Tiere halten werden und wir können ihnen dann diese Gerste als Futter geben. Ich denke im Wohaus darüber nach, da ich einen Mod für echte Tiere habe. Wenn sie keine Nahrung haben, werden sie sterben, also sollte man rechtzeitig über Nahrungsvorräte nachdenken. Also habe ich mich ans Sehen des Feldes gemacht. Unser Feld ist allerdings quadratisch, aber es gibt diesen Bereich mit einer Kurve, den ich selbst sehen muss und danach plane ich, einen Arbeiter einzustellen. Übrigens, es gibt einen kleinen Lifehack, wenn sie eine gerade Linie abschneiden müssen, um einen bestimmten Bereich zu säen, können sie dies mit einem Arbeiter machen, denn wie wir wissen, arbeiten sie äußerst präzise. Nachdem ich den schwierigen Bereich auf dem Feld eingesät hatte, übergab ich die Arbeit an einen Arbeiter. Während der Arbeiter arbeitet, habe ich einen komfortableren Holzverkaufspunkt eingerichtet, da ein großer Teil unseres Einkommens mit diesem Punkt verbunden sein wird. Und ich würde mir ein realistischeres Verkaufsargument wünschen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber in Zukunft wird sich hier noch tausendmal etwas ändern. Nun, während ich am Bauen war, hat der Arbeiter das Gerstenfeld fertig bepflanzt, das ist sehr gut, denn jetzt können wir die Feldarbeit für mindestens einen Monat vergessen. Da es schon Abend war, hatte ich keine größeren Arbeiten mehr vor und beschloss, meinen Standort in künftige Zonen einzuteilen. In einer hügeligeren Gegend habe ich beschlossen, Bäume zu pflanzen und dort, wo es glatter, werde ich neue Gebäude und Hangars errichten. Nun, da nur noch sehr wenig Zeit übrig war, fuhr ich mit dem Traktor zum Laden. Dort habe ich einen Traktor mit einem Anbaugerät zur Baumpflanzung gemietet. Gemeinsam mit ihnen habe ich 80 Fichtensemmlinge gekauft, die ich im nächsten Video pflanzen werde. Zu Hause angekommen, stellte ich die Ausrüstung unter einen Baldach hin und ging selbst zu Bett. Der Tag war sehr ereignisreich und er hat mir sehr gut gefallen. Meiner Meinung nach haben wir viel Arbeit geleistet. Das ist alles für mich. Wenn du mehr solcher Videos willst, unterstütze es mit deinem Like und kommentiere zum Beispiel, was die Fehler bei der Sprachausgabe waren. Da ich selbst aus der Ukraine komme, fällt es mir äußerst schwer, solche Videos zu erstellen. Ich hoffe auf ihre Unterstützung. Viel Glück an alle und bis bald.